Wer wegt mit dem To? Na servus, ihr seid schon wieder. Habt ihr schon das neue Kaktus-Klan-Halloween-Design ausgecheckt? Das ist nämlich ein mega geiles Design, ja? Checkt's auf your Aster30.shop aus. Das ist mega geil, ja? Es gibt's nur für bestimmte Zeit. Dazu gibt's auch noch für jede Bestellung gratis Autogrammkarten dazu, ja? Und wenn du nicht bestellst, dann komm ich heute am Abend zu dir heim, verstehst du? Und dann schauen wir wieder weiter. Minecraft Mars geht. Ciao! Willkommen hier zu Alfa von Minecraft Maske, der sechsten Folge mit dem Tobias wieder, der hier wieder mit dem Dings macht, ja? Genau, hier willkommen zu Alfa von Minecraft Maske an einem, was ist heute? Ich glaube, es ist Dienstag. An einem Dienstag um 12 Uhr, Leute, ja? Willkommen. Genau, wir sind jetzt schon bei der sechsten Folge in Minecraft Maske Tobias. Und der Killer hat sich wieder mal verbessert, ja? Ähm, 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 äh, genau so. Genau, wir wollten jetzt, äh, wieder, äh, unsere Base wollte ich zum einen ausbauen. Oder? Und wir haben richtig viele neue Sachen gefunden, ja? Zum einen kann man mit Zirkumflex, also hier, äh, kann man, äh, die Level praktisch in Skills umwandeln, ja? Das ist nämlich ganz wichtig und, Leute, checkt rechts oben bei mir, äh, die vorige Folge aus, ja? Weil vorige Folge, äh, war, da war das Event Geist, ähm, da war irgendwie der Killer, der Geist hat mich gekillt. Und, äh, Leute, checkt einfach die Folge aus, wirklich, die war so spannend. Ähm, ich bin aber auf jeden Fall einmal gestorben. Ich habe jetzt nur mein neues Leben, aber, Leute, neues Leben, ich bin immer noch der Beste, damit die meisten leben. Ähm, aber ich sag's nicht zu früh, äh, weil letztendlich sterbe ich dann wahrscheinlich eh wieder. Ähm, genau, also hier zu dem Level-Dings hier, ähm, man kann die Level in, äh, praktisch Skill-Punkte umwandeln. Hier zum Beispiel in, irgendwie Stärke oder so. Ich kann nicht, kann man Level umwandeln. Oh, und du hast die Ding gekauft, wann man kann man hier, äh, stehen, man kann sich hier, äh, XP kaufen. Warte mal. Okay, ich habe jetzt sechs Level. Ich habe jetzt sechs Level. Ähm, okay, ich habe jetzt drei Skill-Punkte. Ähm, Dexterity. Gibt es Intelligenz, äh, Glück, Stärke und Constitution. Ich glaube, Constitution ist irgendwie Ausdauer oder sowas. Ja, Constitution ist sowas wie, äh, Leben. Äh, sind wir ganz ehrlich, ich glaube, ich mache einfach Stärke, weil Stärke ist, glaube ich, das OP-Este. Wenn man hier Stärke levelt und dann auch den Stärketrank nimmt hier. Und Constitution, da kriegst du mehr Leben. Oh, warte mal, wirklich? Ja, habe ich gerade gemacht, jetzt habe ich mehr Leben. Oh, lol. Äh, ein Level. Ich brauche noch ein Level. Hast du noch ein XP-Dings? Äh, nee. Egal, wir müssten einfach irgendwie, irgendwelche Schafe killen oder so. Ja, lass mal zur Base. Eisen müssen wir eigentlich, du kannst mir drei Eisen, kannst dir so fünf Bottles of Enchantment holen. Okay, dann brauchen wir Eisen oder so, schauen wir mal. Ähm, auf jeden Fall kann man hier richtig viel leveln praktisch. Hier zum Beispiel Stärke. Aber ich habe jetzt zweimal Stärke gelevelt, Tops. Das heißt, äh, rein theoretisch, soll ich jetzt stärker sein? Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Ja, du siehst da rechts, du siehst da rechts, wie, wenn du das drückst, dann siehst du rechts, wie, wie viel du sozusagen Bonus hast. Ah, Health habe ich jetzt 21 von 21 Herzen. Und, äh, Magic, Magic. Ähm. Ja, wenn du in Combat gehst, du gehst oben, oben rechts auf Combat. Auf das Schwert klickst du drauf. Auf das Schwert? Oh, Attack-Speed habe ich vier, Attack-Damage 1,5. Okay. Äh, Defense. Oh, lol, okay. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich stärker sein. Jetzt kann ich theoretisch ein paar vier noch killen hier. Ähm, und dann, äh, ja, wie die zerfallen, gell? Ah ja, und, Tops, ich glaube, du warst länger, ich glaube, du warst länger nicht mehr hier in unserer Base. Ja, klar, ich war doch dabei, dass du den kaputt gegangen hast. Äh, ich habe mich hier versteckt. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich hier versteckt. Und, äh, genau, ich habe gesagt, ich habe hier nämlich die Glow Sticks-Folge gesucht und habe gesagt, dass die im Inventar waren. Ähm, was mir nicht aufgefallen ist. Und, der Killer war richtig oft bei uns, Tops. Äh, ich weiß nicht, sollten wir vielleicht eine andere Base bauen. Woanders, oder? Ja, ja, woanders. Komm mal, hier, Jön. Ja. Alter, das, oder was habe ich da gekriegt? Ah, hier, Jön, guck mal. Oh mein Gott, Tops, eine, eine Steinachst. Was zur Hölle ist das? Die macht 9,5 Damage, lol. Die macht so viel wie mit einem Schwert. Aber halt weniger Attack-Speed. Tops, wir sollten uns eigentlich, ähm, so Zusatz-Sets machen. Ich meine, wir haben schon ein paar da. Backup meinst du, ja, ja. So, Backup-Items halt. Äh, ich habe eben schon ein paar Items da. Ich meine, wir brauchen halt stärkere, theoretisch. Ah, so. Ähm, Flint and Steel. Äh, Heuballen. Ich lege mal meinen, äh, Totem auf Andein. Das war ich. Oh mein Gott, Tops. Äh, du erschreckst mich. Äh, wir haben noch Schadens, drei und sowas. Power 2, Unbreaking. Wir haben Mending, wir haben noch verschiedene Schlüssel. Raw Iron. Einen Eisen haben wir noch. Wir haben auch noch Netherite und alles, Tops. Ja. Oh mein Gott. Ähm, genau. Ja. Ja, lass uns weiter, dann lass uns weiter machen. Wir lassen uns einfach irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Tops. Irgendwie, willst du, glaubst du, glaubst du, eine Bomb-Base machen? Ich meine, ihr habt doch in den Kommentaren geschrieben, wir sollen halt eine andere Base machen. Eine Folgefolge war halt dreimal der Killer hier da. Ich weiß nicht. Ja, aber der Killer kann ja sich auch irgendwie, kann jetzt nicht irgendwie teleportieren oder so? Ich weiß nicht. Also der Killer ist, glaub ich, irgendwie so eine Art künstliche Intelligenz, der verbessert sich. Also steht auch immer im Chat. Verbessert sich jede Folge. Ich weiß nicht. Der hat jede Folge gefühlt was anderes. Vorige Folge war halt das Event-Geist. Da ist er zum Geist geworden. Ich weiß nicht, ob das nochmal machen kann. Aber der lernt halt praktisch von uns, wie wir wegrennen. Der ist jetzt mittlerweile auch viel schneller. Lass mal irgendwie Holz hacken und irgendwie eine Bomb-Base bauen. Und ich hab in den Kommentaren gelesen, in der Folgefolge. Ähm, nämlich... Oh mein Gott, wie der Baum hier so fällt. Nämlich, ich hab dir in den Kommentaren geschrieben, dass viele von euch haben auf jeden Fall schon irgendwie Herbstferien oder Ferien halt. Ähm, weil es ist ja bald, ähm, 31. Oktober. Sprich, Halloween Tobias. Ähm... Ja, warte, Jan. Lass uns doch hier kein... Lass uns hier doch die Base bauen oder so. Hier? Also stimmt, in der Mine theoretisch. Aber vielleicht ein bisschen reinbauen. Ähm... Ah, ich hab keine Axt. Solo? Solo? Für die... Für Teams verdient... Ah! Tops! Nein! Bleib stehen, Julian! Jeder gegen jeden. Die Teams werden für die Folge aufgenommen. Nein! Nein! Ist das jetzt Solo oder was? Ey, Tops! Tops, ich nehm das zurück. Tops, ich nehm das zurück. Es tut mir leid. Es ist mir egal, Julian. Du entkommst mir nicht. Oh mein Gott, Leute. Äh, und dann kommt noch der Killer ins Spiel. Leute, ich hab echt Angst. Tobias? Geh weg! Ja? Ich bin schneller als du! Dank meinen Schuhen! Hallo, Julian. Bleib doch stehen! Nein! Geh weg, Tops! Bleib stehen, Julian! Wuhu! Oh! Oh, ich hab echt Angst, dass jetzt der Killer kommt. Okay, Leute. Ich könnte mich theoretisch... Ich glaube, er ist weg. Okay. Ich werde einfach flüchten, Leute. Jolo, Jalla! Jalla, Habibi! Weg da, weg da, weg da, weg da! So. Okay. Mein 5 Herzen, schnell weg! Okay. Komm ins Wasser. Oh mein Gott! Julian, warum ist Tops gegen mich? Okay. Äh, ich glaube, ich hol mir... Ich geh aus meiner Base und hol mir wieder ein paar Heelssachen. Oh no. Flo? Da ist Flo. Äh, ich geh mal in Richtung spawnen, Leute. Eigentlich wollte ich zuerst sagen, dass ihr irgendwie... Leute, ich erzähl das später, Leute. Äh. Oh, Flo ist hinter mir. Ähm, Leute. Was mach ich? Ähm. Okay, okay. Es gibt sehr viele verschiedene Optionen. Juin, juin, juin. Wenn du mir sagst, wo Tops ist, lass ich in Ruhe. Oh. Oh, Leute. Leute, Leute. Leute, Leute. Wo ist Flo hin? Okay, Leute. Ich würd sagen... Hobby, ich geh drauf. Auftops! Auftops! Julian, bitte. Floreal. Oh, Alter, seitdem ist OP. Auftops! Nein! Nein, ich sag Auftops! Wow, was? Was? Hab ich auch? Oh mein Gott! Auftops, Auftops! Ja, ihr rindt sehr klug, im Wasser ein Flammelöffer zu benutzen. Juin! Nein, der Kinner kommt auch noch! Komm her! Floreal, ich will Juin töten! Nein, ich hab kein Wasser! Nein, werde ich sterben? Ja, ich glaube ich. Okay. Nein, ist der Killer hinter mir? Oh, oh. Nicht gut, Leute. Ich renn mal in den Wald rein. Hier ist Lava? Okay, hoffentlich. Leute, was geht hier ab, Leute? So, okay. Leute, wir dürfen eigentlich nicht sterben. Das heißt, wenn wir eigentlich nicht sterben, dann haben wir ein sehr großes Risiko, dass die nächsten Folgen, dass ich die nächsten Folge auch überlebe. Ähm, ich hab einen Flint and Steel. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hab noch, ich hab noch einen OP-Apfel. Okay, Leute. Ich muss einfach nur schauen, dass der Killer nicht bei mir kommt. Weil der Killer ist so OP jetzt mittlerweile. Haben wir die vorige Folge gesehen. Wie gesagt, rechts oben bei mir auschecken. Leute, schreibt mal in den Kommentaren. Äh, schreibt mal in den Kommentaren. Hätte ich in der Folge eher auf Tops oder eher auf Flo gehen sollen. Ist halt wahrscheinlich Flo, oder? Aber, Leute, Leute, ich weiß ja, dass ich um Tops eigentlich gehen soll. Ich wisst ja, Leute. Ähm. Aber, Leute, lasst mal wieder ein Like da, ja? Ich will bei dieser Folge 1500 Likes sehen, Leute, ja? Ich hab vorige Folge gesagt, wir schaffen 1000 Likes. Diese Folge 1500, okay, Leute? Drückt den Like-Button blau. Heißt das ja immer. Leute, ich hab so Angst gerade. Sieben Minuten bis folgendes Ende. Es ist ein Drop, glaub ich. Ja, es ist ein Drop. So, easy. Easy, 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 easy. Up on, up on, up on, up on. Der Drop ist meins, ja. Okay. So, weg. Und das Item wegkommt, bevor ich noch hier verbrenne. Okay, Leute, die Case opening, Leute. Let's go. Aber wir haben noch so einen Hook bekommen, okay. Äh, Azamanteed. Ähm. Ätherium. Und was noch? Ich glaub, das war's, Leute. Okay. Leute, Case opening. Wir haben lange schon einen Eich-Kentrop gehabt. Let's go, okay. Oh! Renegades Helen. Ist irgendwo ne Hexe? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, was bei den anderen abgeht. Okay. Äh, Uncommon Loot Dings. Ist ja Eisen. Ich glaub, hier kriegt man eigentlich nicht so viel guten, guten Stuff raus aus den normalen Chests. Wir müssen uns öfter den Drop holen. Unbedingt. Hier kann ich noch Bücher verkaufen. Ähm. Uncommon. Okay. See, it's Rotten Flash. Dings. Blast Fingos. Only the bravest things carry the Blast Fingos. Not because the toxic spores. Just because it smells awful. Was ist das? Durability. Kann ich das irgendwo tragen? Geht das? Ähm. Ich weiß nicht, Leute. Der macht irgendwas. Glaubt ihr, wenn man den rechts klickt hier? Dass man irgendwas kriegt? Almond. Ich glaub, Almond sinkt so eine Nuss oder so. Weil ich hab echt Angst, dass gleich der Killer kommt. Und hier ist ne Essensding, glaub ich. Papier. Ähm. Leder Dings. Okay. Knochen. Kürbisse. Bambus. Ich mein, ich glaub, wir haben heute nicht so viel Glück. Kann man und nochmal kommen. Äh. Fisch. Sticks. Ähm. Holz, Axt. Holz. Ja, ich mein, ich glaub, es ist nicht so gut. Okay, wir haben noch ein. Ähm. Epic Loot Bundle. Okay, Leute. Ihr müsst mir in den Kommentaren schreiben, was passiert ist bei Flo. Rio Jet. Rio Jet? Was kann Rio Jet sein? Knochen. Okay, nicht so gute Items gleich rausgekriegt. Wir haben noch welche. Rare Loot Bundle. Oh, okay, der ist gut. Nevermind. Ich nehm's zurück. Heart of the Sea. Stone. Äh. Das Ding ist, was werfe ich weg? Vain Mining. Äh. TNT. Äh. Das Ding ist... Warte mal, das ist ein anderes. Allow breathing underwater. Das ist gut. Okay. Was krieg ich hier noch raus? Black Eye. Okay, ich glaub, das ist alles useless. Aber sonst eigentlich... Protected Fear, Dings? Das ist gut. Okay, Leute. Ich würd sagen, wir gehen langsam wieder... Richtung Mitze. Ich hab' Name Tag. Okay. Okay, ich hab' zwei solche Teile. Ähm. Mit einem kann ich glaub' ich schneller rennen und der andere kann ich unter Wasser irgendwie... Dingsen. Und zum Teil haben wir gekriegt Blastfungus. Ich hab' keiner was das bringt, aber ihr könnt' ja mal schauen. Okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt in der Mitte sind. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hab' echt Angst. Ich hab' das Gefühl, dass irgendwie... Flow... Absolut. Klugleiter. Flow... Das kann nicht... Flo ist unsichtbar, ey. Flo ist unsichtbar. Ich hab' den Drop. Ich hab' den Drop drauf gemacht. Okay. Blastfungus, ich werd' dich einsetzen. Nein, nicht auch für YouTube. Das ist mein Unboxing. Was willst du? Ich hab' ein Blastfungus. Okay, Laps, okay, Laps. Ich hab' Blastfungus. Okay, Laps, okay, Laps. Ich hab' Blastfungus. Nein! Okay. Ja, Topstar. Ich weiß, dass du unsichtbar bist. Okay. Äh, Kunt sieht. Ähm. Alter! Diese Verfolgung schlagt! Was ist mit mir? Ich hab' den Drop bekommen. Wolltest du ihn dropen? Nein! 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 Nicht den Meloni-Kopf! Nicht den Meloni-Kopf! Nicht den Meloni-Kopf! Ich hab' keiner was gemacht! Du bist... Okay, ich dachte wir unsichtbar. Meloni-Kopf! Nein! Nein! Was? No! Oh no, Leute! Also ob du wirklich so viel Damage machst! Oh nein! Killer! Killer! Weg! Weg Killer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schnell! Rüstung! Wo ist der Killer? Oh nein! Killer! Killer! Es geht ja was! Ja! Let's go! Weg! Abfahrt! Wuhu! Oh mein Gott! Ich hab' noch einen ankommenen Lootings! Killer! Killer! Okay! Wir können das anders regeln! Oh! Nein! Das reicht nicht! Killer! Geh auf Tops Killer! Ich hab' dir nichts getan! So! Bam! Oh mein Gott! Leute! Alter! Okay! Ähm! So! Okay! Wir sind wieder ausgerüstet! Oh nein! Ich glaub' Flo hat ein Stärke Ding genommen! Oh mein Gott! Okay! Er hat mir einen ganzen Waffen mitgenommen! Okay! Aber es ist nicht so bad actually! Ich hab' noch meinen ganzen Sachen eigentlich! Oh! Was macht das? Wir brauchen den Run a little faster! Genau! Wo sind die anderen? Ich geh' jetzt full in der Flo! Ich hol' auch schnell meine Dings! Mein Totem von Undying, Leute! Oh mein Gott! Leute! Die Folge ist wieder so exotisch! Ähm! Wo ist mein Totem von Undying? Ich lag' jetzt mal ja alles an! Ähm! Totem von Undying! Hier ist er! Hier ist er! Hier ist er! Perfekt! Ich glaub' man muss ihn in der Offense haben! Dass man der... Dass sich der irgendwie nutzt! Okay! Der Nachteil ist! Er hat mir jetzt irgendwie meine Stärke dran genommen! Das ist sehr schlecht! Ähm! Hab' ich noch Gold? Ich weiß nicht, Leute! Mit Emeralds! Glaub' ich geht sich's auch nicht aus! Okay! Aber wir haben doch von den Loot Drops nicht wirklich so viel Gutes bekommen! Ja! Es ist... Es ist nicht so bad jetzt, dass er uns gekillt hat! Aber oh mein Gott! Das Event einfach! Ähm! Das ist ein Respawn Anchor! Und der Blastfungus, der macht einfach gar nix! Für zwei Wochen nach für immer immer weg! Ich bin doch im Pange, Tupst! Ist das in Ernst? Ich bin doch im Shop hier! Also die könnt ihr jetzt endlich bestellen! Die sind nicht mehr vorbestellt! Die haben jetzt offiziell bekommen! Also Shop.com kommt schon vorbei! Tupst du auch? Florian! Oh nee, Julian ist auch hier! Weißt du, was das Beste ist, Julian? Äh, Florian? Florian, deine Dumme! Okay, weiß was! Guck, ich mach jetzt auch Golems! Ja! Komm her! Nein! Nein, ist weg! Nein! Ja! Oh mein Gott! Ja! Yes! Flo! Flo! Florian! Florian! Nein! Was? Oh, er stirbt, er stirbt! Was? Oh mein Gott! Florian! 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 Tops! Ich will mich Flot tot eh töten! Nein, ich will Flot tot eh töten! Na, 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 du hast Infotips aufgehoben, ihr könnt euch gegen sich auch können gell? Ja, ich weiß! Aber als erstes will ich Flot töten! Nein, Tops! 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 Oh, oh, er ist unsichtbar. Wo ist Flo hin? Tops! Nein! Wo ist Flo hin? Da ist Flo! Flo, ich weiß... Flo hat dasselbe Item, was ich habe. Das ist dasselbe Item, was ich habe. Nein! Ja! Ja! Nein! Flo, ihr Deppen! Es ist mir egal! Es ist jeder unsichtbar, ich hasse es. Ja! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn weg! Nein! Alter Flo, ich weiß, du bist... Okay. Leute, ich muss zurück. Ich habe zwar noch ein Dings. Okay. Ich muss mich heute kurz healen. Was ist das- Der Killer ist schon wieder da. Da ist der Killer! Here ist Flo. ok vielleicht riecht bloß nein oh mein gott also kieler krieg sie sind nein kieler stoppen als kieler tot der top sagt gesagt du stinkst ob gesagt du stinkst ich bräuchte ich wieder stärke oh mein gott muss leben bei floh okay ich brauche irgendein items bauen sonst sonst komme ich da nicht aus dem spawn ich bin gestorben hier und ich habe absolut gar nichts ja okay ich lasse ich lasse dich in ruhe topst okay leute aber wir brauchen wieder stärken wir brauchen wirklich unbedingt richtig viel stärke das ding ist ich habe noch ein totem of undying das heißt rein theoretisch sollte ich noch sollte ich mehr aushalten als floh theoretisch wo ich stärke weiß was kostet stärke 30 als nein so viel habe ich nicht plan b können könnten wir theoretisch einen goldapfel kaufen wo ist ein goldapfel jumping trader okay ich habe diese ich hätte fast loge killt floh hättest du fast möchte noch mal sterben nein floh tut das nicht ich die tiere ich die tiere ich die tiere oder frieden oder frieden und dann ich bin ich zufrieden und frieden bruder frieden ich werde dir helfen floh zu töten nein ja also mein killtops eigentlich ja ist mir egal du bleibst hier hau drauf ich habe ja drauf aber ich gehe nicht da und ich habe auch kein bock weg ich habe auch kein bock weg jetzt ich habe auch mal dumm schon weiter ich habe auch mal das jetzt reicht nein floh tut das nicht ich suche aus gubär bitte gewöhnt bitte bitte löst die geilste folge floh weißt du Tops haben mir alles weggenommen alle stärke pushen die ich gehabt habe nein kannst du den kill mal sagen dass er weg geht nein der kill ist ja auch da okay ich glaube ist weg ich brauche mehr stärke pushen und ich brauche ein stärkeschwert oh mein gott ist der killer ja killer geofloh geofloh ha ha floh nein nein tu es nicht noch mal ich habe kein wasser ding mehr okay wenn der killer der killer muss ja einmal folgen ende floh ha ha ja leute ich hoffe es hat euch gefallen das ist bitte mein like da schon blöd vorbei ja leute lasst ein like und ein abo da abonniert mich 60% von euch habe ich nicht abonniert Leute checkt jahreiz.job ab aktiviert die nächste folge kommen am freitag um 12 uhr leute bis gleich bis in den nächsten folgen ich will sagen tschau bis in den nächsten solgen bis ins